Hallo liebe Freunde und willkommen zu Spats oder aber auch Space Pirate and Zombies. Ein, wie ich finde, sehr genial gemachtes Spiel, wo man mit einem kleinen Raumschiff durchs Weltall pimmelt und da viel Scheiße baut und sich irgendwann Stück für Stück größeres Raumschiff holt, Freunde holt und viel Pipapo. Ja, ich starte einfach mal das Spiel, mach direkt ein New Game fertig. Ja, sag gleich mal, starte Game, weil ich will auch nicht viel Zeit verlieren. In letzter Zeit war es ein bisschen still um mich, das liegt daran, dass ich arbeitstechnisch ein wenig mehr zu tun hatte, aber das soll sich jetzt auch wieder ändern, also, dass es so still um mich ist. Ja, und dann warten wir doch einfach mal ab, bis das Ganze hier fertig geladen hat. Kann sich natürlich nur bestanden handeln. Ich sehe es gerade eben schon auf der Uhr, falls es zu lange dauern sollte, werde ich das Ganze auch cutten. Ich habe das Tutorial und die Story einfach mal angelassen, so muss ich weniger erklären, wie hier was funktioniert, sondern, da ich ja im Erklären auch nicht der Beste bin, überlasse ich das dann einfach dem Tutorial und werde dann versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Klingt auch gut, finde ich auch. Ja, da sind wir auch schon und unser Mutterschiff ist auch da. Ja, okay, folks, it's time again. Ja, dann mal los. Ja, wer das lesen will, der kann das ja ganz kurz pausieren und, ähm, ist das auch in Ordnung. Das hier ist unser Mutterschiff gewesen, war gewesen, eins der Mutterschiffe, was gebaut wurde. Wie gesagt, wir fangen mit einem kleinen Schiff an. Im Prinzip ist das hier unsere Basis, sag ich mal. Oder war unsere Basis. Jetzt sehen wir auch schon links, eins, Empty Hangar. Wir haben noch kein Schiff drinne und es blinkt hier unten auch schon ehrlicherweise auf. Push Spaced, Bolt the Ship. Den kriegen wir doch hin. Bolt the Ship. Den Kram will doch keiner so wissen. Ah, klick hier. Für Doofe steht es auch noch da, genau. Genau. Empty Hangar, das sind die kleinen Schiffe, die man sich hier holen kann. Sieht man da schon irgendwas? Ne. Ähm, durchs Abschießen eben solcher Schiffe und Einsammeln derer Blaupausen schaltet man diese Schiffe auch frei. Dann bauen wir einfach mal das erste Ship. Mini-Ship. Ja, hier kann ich noch verschiedene Sachen editieren. Zum Beispiel, wenn ich später freischalte, kann ich hier andere Waffen draufsetzen. Äh, andere, ja, Perks, sag ich mal, installieren. Man kann die Reaktoren verändern, dass sie immer Leistung haben, besseren Antrieb, stärkere Schilde und, und, und. Auto-Reboot? Geist tobe Idee. Ja, Bolt the Ship. So, dann springen wir hier mal kurz wieder raus, warten kurz ab und, hey, da sind wir auch schon. Wir, Stegas, klassische Steuerung, mit der Maus drehen, richtet sich das Schiff aus, linke Maustaste, Waffen, rechte Maustaste später auch Waffen. Steht zur Not da unten auch drinne. Wenn ich reinzoomen will, Mausrad, rauszoomen, Mausrad. So, jetzt fliegen wir da erstmal hin. Und sammeln mal ein Schiffsteil ein. Ja, genau. So, Schiffsteil eingesammelt. Erstmal zu unserem Modderschiff zurückbringen, weil das hat ja anscheinend gerade jedem ordentlich was abgekriegt. Müssen wir das Ganze reparieren. Auch kein Problem. Zack, da ist es. Jo. 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 Wie gesagt, ich werde mich mit dem Lesen nicht lange beschäftigen, weil wegen, nö. Wer das lesen möchte, kann das sehr gerne pausieren, ist gar kein Problem. Push space to travel to another location. Genau das werden wir jetzt auch tun. Systemkarte. Yippie, wir springen ins erste System. Auf Systemkarte klicken und zack, da sind wir. Ja, unser Unser Modderschiff bleibt immer in einem und demselben System stehen. Das springt uns nicht hinterher. Nein, wir fliegen halt mit unserem kleinen Miniraumschiff und später auch mit unserer Flotte in die verschiedene Systeme rein, erfüllen dort Aufträge, minen dort Ressourcen, Entschuldigung, minen dort Ressourcen, hier auch RAS genannt, und bringen den ganzen Mist dann wieder zum Raumschiff. So, das ist jetzt eine etwas langwierigere Angelegenheit, weil dieses Schiff hier halt nicht viel Laderaum hat. Hier unten steht es auch noch, Green Ress bringt einem ein, Blue Ress bringt einem fünf und Yellow Ress bringt einem 25 Ress oder Ress. Also, gelb ist am lukrativsten, fällt aber dafür auch seltener ab, beziehungsweise muss man schnell einsammeln, weil die Ressourcen, wenn man sich daneben stellt, das zeige euch gleich mal, wenn ich dann irgendwann mal angekommen bin. So, jetzt haben wir da blaue Ressourcen. Und die werden nach einer Zeit irgendwann, jetzt hat das natürlich eingesammelt, werden mit der Zeit irgendwann dann zu grünen Ressourcen. Das heißt, die Ressourcen werten sich irgendwann noch ab. Da ist es gerade passiert. Das bedeutet, man muss flink sein. Ja, oben links im Bildschirm sehen wir unsere Hülle und unser Schild, unsere Besatzung und unseren Laderaum. Wird nachher im Kampf relativ interessant. Weil, ne, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen auf Oma haut, sollte man das da oben wirklich ein bisschen im Blick behalten. Ansonsten hat man nicht viel Freude. So, versuchen wir das mal zu sammeln hier. Ja, geschafft. Und voll. Neun von zehn. Egal, wir fliegen trotzdem zurück. Haben wir eh neunzehn von zwanzig. Na, oben links in der Ecke steht auch unsere Ressourcen. So, unsere Ressourcen. Wir haben jetzt zum Beispiel 28 von 500 Ressourcen. Sollte uns, wie zu erwarten, das Schiff während des Fliegens und des Kämpfens einmal kaputt gehen, können wir uns mit eben diesen Ressourcen oben links in der Ecke ein neues kaufen. So, Bull to Attack Ships. Press F3. Das sind die Kurzkürzel oder Abkürzungskürzel oder wie auch immer man den missmen möchte. Und baue ein zweites Schiff. Empty Hunger. Yippie, ey, ey. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ein zweites Schiff. Das heißt, ich kann mich hier hinstellen und gleich mal sagen, alles klar. Refeed the ship. Refeed bedeutet nichts anderes als, nimm das olle Schrottschiff und baue daraus ein besseres. Upgrade. So, dann heißt es jetzt abwarten. Schwuppdiwupp. Haben wir auch schon unser zweites Schiff. Das andere Schiff wird upgedatet und springt auch zu uns. Ich meine, man konnte dem anderen auch noch irgendwie Befehle erteilen. Wie das jetzt genau geht, weiß ich aber nicht mehr. Ist aber auch egal. Irgendwas sollten wir machen. Genau, andocken. So, zips. Dogging. Ah, minor problem. Genau, jetzt kann ich euch das auch mal zeigen. Hier haben wir auch noch einen Schwarzmarkt. Über den Schwarzmarkt, wenn wir genügend Ansehen haben, können wir auch noch, ja, Upgrade-Perks oder Items oder Upgrade-Items, Blueprints, da unten steht es ja, Blueprints davon kaufen, um halt, wie hier, ein Standard-Schild herzustellen oder aber ein Overload-Emmeter oder halt ein Reaktor. Ganz wichtige Sache, weil braucht man im späteren Verlauf. Es ist schön, wenn man riesen Schiffe fliegt, aber wenn die Technik da drin genauso alt ist wie das Spiel hier, dann ist das nicht immer ganz lustig. Genau. Goons komme ich später zu, wenn ich wieder weiß, was das ist. Ich habe das Spiel nämlich schon ein Weiche nicht mehr gespielt, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem gut ist. So, das Schiff hier hat übrigens nur zwei Laderaum, deswegen nehme ich damit nicht viel auf. So, ups, dann wollen wir auf die Sternenkarte springen. Er hat gesagt, wir sollen da unten rumhüpfen. Springen wir da doch einfach mal schauen, was uns erwartet. So, ja, wunderbar. Uns erwartet eine Menge Erfahrungspunkte. Genau, wir kriegen hier auch Erfahrungspunkte. Wir kriegen hier auf jeden Fall auch Erfahrungspunkte, mit denen wir, ich meine, irgendwann Skilltree öffnen können. Weil wir halt genügend Level-Ups haben. Genau, Data ist das hier, genau. 50 von 50 Datas. I can start upgrading some of your ship systems. Wunderbar. Genau das meinte ich, nämlich da wollte ich gerade drüber reden. Research. Wir haben hier drei wunderbare Upgrade-Punkte. Können uns jetzt hier auf Level 0 erstmal aussuchen, was wir hier von upgraden möchten. Ob nun Kanonen, Beams oder den Reaktor. Machen wir mal einen Punkt hier rein. Dann sieht man unten rechts auch Level 1 Bonus 6% auf Capuchy, 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 Reaktor, Output. Also Energiespeicher und Reaktor, Output. Oder irgendwie sowas. Hier hätten wir bei Level 1 mehr Damage, mehr Leben, mehr Beam-Regeneration. Ich glaube, das ist Nachleidezeit. Und Launch ist mehr Reichweite. Machen wir auch mal einen Punkt rein. Und da haben wir auch noch einen Punkt rein. selbe spiel was mich nachher am meisten interessiert ist turrets drones and launchers weil so mit raketen und sowas zu spielen macht schon eine menge spaß so dann haben wir das auch hinter uns dann holen wir uns erstmal den rest der kisten hier oben links daneben noch 55 als beispiel jetzt brauchen wir schon 70 datapunkte das heißt mit jedem level ab braucht man mehr punkte was ich nachher auf jeden fall noch eine ganze ecke steiger kann am bildschirmrand unten sieht man natürlich auch noch seine missionsziele ich mache das gerne hier und mit der karte weil ich mir dann auch noch angucken was schwebt nebenbei noch so rum so behält man so ein klein wenig die übersicht auch nie verkehrt und dann wollen wir mal loslegen ich meine nämlich jetzt kommen die ersten gegner gleich angeflogen genau da oben kommt schon der erste gegner und nun heißt es gibt es erstmal auf die glocke vorausgesetzt er haut sich ab und tschüss gleich die erfahrungspunkte einsammeln und da ist auch schon der nächste gegner halt really don't even know was willst du ja keine ahnung also ob ich glaube ich wo gerade ein crew mit geht genau eingesammelt ich sparen wir das lesen am besten einfach auch schon mitglieder können deine hülle reparieren und deine armer kommen amorkomponenten gut auch wunderbar ist auch das erste mal dass ich mit den kreiber durchgelesen habe ja mit den läsern zu treffen ist ja gar nicht mal so easy weil sich das chef ja auch dementsprechend schnell dreht aber geht doch endlich kaputt naja da hat er noch ein crew mitglied aufgesammelt und da ist auch schon der dritte im bunde wollen wir gucken wie viel denn noch kommen aber man sieht wunderbar schild ist down und dann geht es auch direkt auf die hülle das ist hier noch relativ einfach gehalten mit den kleinen schiffchen das wird nachher noch wesentlich interessanter low power ach ja genau apropos low power man muss ja auch aufpassen seine energie mit dem man die waffen betreibt die nimmt irgendwann auch mal ab heißt man hat ja nicht immer endlos energie sondern man sieht das hier wenn man nicht mit der warfe auf ein gegnerisches schiff feuer und man meinen mauskurs immer beobachtet für jedes mal wo ich schieße verbrauche ich energie so diese muss ich erst wieder aufladen aber das kann man nachher halt auch durch den ja skill tree nenne ich ihn einfach mal diesen upgrade skill tree da kann man das ganze nachher wieder ein bisschen aufbessern dass man halt weniger energieverbrauch hat und die waffen dafür noch leistungsstärker sind und du hau mal nicht ab oh ja so kann man das natürlich auch machen ja der humor hier in dem spiel ist ein wenig für sich selbst gehalten manche mögen ihn andere nicht wie gesagt ihr müsst euch das einfach durchlesen ups schau ihr müsst euch das einfach durchlesen ist auf jeden fall zu empfehlen so schilde auf jeden fall ein level hoch ich werde erstmal alles auf level 1 bringen bevor ich anfange hier wiederum zu skillen damit zumindest die grundboni schon mal erhalten sind das macht auf jeden fall am anfang am meisten sinn und ich sollte aufhören im auf escape zu drücken so raus aus dem system genau man muss ja auch darauf achten dieser grüne smiley der hier zum beispiel angezeigt wird das heißt die haben mich ziemlich gerne wenn sie rot sind und ich mit deren system reinspringe dann feuern nachher auch die basen auf mich die haben mich denn nämlich alle nicht mehr lieb und die verteidigungsfighter und was nicht alles jetzt springt natürlich genau ins richtige gebiet der schießt auch schon mit raketen um sich kann aber wenn ich auf ihn schieße zum beispiel die raketen auch kaputt schießen so da habe ich schon genau den krass hüpfer freigeschaltet normalerweise braucht man wesentlich mehr dafür als ein blueprint aber bei den kleineren schiffen geht das relativ zügig die frei zu schalten interessant wird es nachher bei den mittleren bis großen schiffen die haben angemerkt auch gleich ein bisschen mehr bumms unter der haube als die lütten hier dauert aber relativ lange meiner meinung nach bis man das ganze freigeschaltet hat du geh auch noch kaputt wobei man nebenbei noch gesagt darauf achten sollte links in der leiste sehe ich ja nicht nur mein leben sondern auch das meines verbündeten schiffes wenn dem sein leben null erreicht ist das schiff zerstört dann kann ich es entweder neu bauen oder auch ein anderes bauen es ein bisschen umskillen aber dafür brauche ich hier oben links die angezeigten res und ja man kann sie zwar durch mining bekommen jede menge auf jeden fall aber man sollte doch schon versuchen da das im späteren spielverlauf echt böse wird mit denen zu kämpfen dass man immer so ein bisschen in der hinterhand hält falls man irgendwann erstmal ein neues schiff braucht oder so ist das gut dass eine reserve zu haben nicht dass man nachher in irgendein gefecht reinhüpft und merkt ja war zwar ganz witzig aber habe keine schiffe mehr so einer gegnerischen übermacht gegenüberstehen wenn man gerade so ja sich so schön aufgebaut hat sag ich mal ist wenn man alleine ist nicht unbedingt immer witzig so du geh doch endlich kaputt die haben aber ausdauer so da ist es gerade passiert mein verbündetes schiff hat einen abgang gemacht dafür das gegnerische jetzt auch ich werde auch nicht einfach ein neues schiff herstellen ich werde erstmal den anderen gegner hier vernichten der gerade versucht sein schild aufzuladen und mutter fröhlich abzuhauen so geht kaputt geht doch endlich kaputt hallo oh 17 jetzt aber zwei noch kommschau ja geschafft und blueprint freigeschaltet ja da kommen auch schon die nächsten gegner das ist schon etwas aua aua machen der gegner wie man sieht oben links an meinem leben 25 hüllenpunkte 16 schildpunkte das ist schon mal eine andere hausnummer so leertaste hangar ich baue mir vorsichtshalber doch noch ein verteidigendes schiff weil ansonsten hat das ganze hier relativ wenig sinn genau da kann ich jetzt raketen drauf installieren oder aber torpedos ich hau einfach mal von beiden was drauf und sag bau mir mal das schiff zur unterstützung wir wollen doch einfach mal gucken was passiert und wie der computer damit klarkommt da ist auch schon das verbündete schiff wie man sieht die haben oben rechts in der ecke auch noch ja ich sag mal einen hüllenumriss je nachdem von welcher seite ich sie treffe dementsprechend nimmt auf deren seite denn die hülle ab das heißt da muss man sich auch durcharbeiten ist ganz gut für die eigenen schiffe für die gegnerischen schiffe immer ein bisschen blöd gerade wenn man mit so einem kleineren schiff am anfang noch unterwegs ist sich dadurch zu arbeiten gerade wenn sie sich immer drehen das ist echt anstrengend aber zum glück ja nicht ganz unmöglich geht bloß her so ich kann wieder etwas upgraden erstmal die beams auf level 2 bringen damit ich wenigstens ein bisschen mehr schaden hier mache und gleich wieder munterfröhlich drauf da gerade so die schnelleren schiffe können die torpedos natürlich ultraleicht ausweichen auch wenn ich sagen muss dass das schiff hier von meinem verbündeten jetzt sage ich mal gar keine torpedos verwendet gerade aber ich springe mal auf die 1 ja das kann man auch man kann während mit 2 1 und so weiter seine torpedos hätte ich beinahe gesagt seine schiffe auch noch einsetzen mitzins selber steuern was auch echt sinn macht gerade wenn man jetzt sage ich mal so ein eigenes schiff zum beispiel gerade am verlieren ist springt man wieder zurück aufs andere schiff lässt das alte kaputt gehen baut ein neues und sieht erstmal zu dass man hier nicht gleich auf dem gorsche bekommt so jetzt springe ich einmal wieder zurück zum hauptsystem da wo unser mutterschiff ist ja hier tauchen hin und wieder auch gerne mal gegner auf da muss man auch ganz besonders vorsichtig sein weil die wollen auch gerne mal das mutterschiff angreifen und dem bisschen schaden zu machen ist ja nicht verkehrt kriegt man ein paar rest und ein paar andere sachen für wie erfahrungspunkte und so aber muss man auch ganz schön aufpassen weil wenn die gegner zu stark sind und man hier in dauernd spawnt und auf ein gorscht kriegt dann hat man automatisch immer keine ressourcen mehr und steht ein bisschen doof da gut das war es an dieser stelle erstmal von let's play's play's pirates and zombies in der nächsten folge werden wir uns hiermit weiter beschäftigen und wollen nochmal schauen dass wir uns langsam besichern ein paar größere schiffe zu legen und ein paar bessere waffen weil auf dauer wird das mit dem schiffen hier echt anstrengend vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.